Hallo ihr Lieben, wir sind in Wien und ich habe meinen Selfie-Stick ausgepackt. Ja, wir sind gerade angekommen in der Wohnung meines Bruders und ich dachte, ich flogge so ein wenig mit. Der Vorteil einer unbekannten Wohnung ist, dass sie interessant ist oder alles interessant ist. Der Nachteil einer unbekannten Wohnung mit Kind ist, dass alles interessant ist. Ich bin die ganze Zeit hinter Kai hinterher. Zur Zeit spielt er mit unserem Kinderwagen, das geht ja noch. Ich glaube, er will die Bremse kurz schließen und wir treffen uns jetzt mit einer Freundin und ihrem Sohn. Also ich treffe mich mit einer Freundin, Kai mit einem Freund. Kai ist ein Outfit. Irgendwie waren wir auf wärmeres Wetter eingestellt, aber ich habe dieses Longsleeve für ihn mitgenommen, zum Glück. Das Shirt ist von 1000 Kind, das habt ihr auch in meinem Lookbook gesehen. Die Jeans ist vom H&M und das meinte ich früher. Fremde Wohnungen, sehr interessant. Ja, der Kinderwagen ist gepackt und wir ziehen jetzt los. Ja, gehen wir bei bei. Das ist ein richtiger nostalgischer Fahrstuhl. Und das meine ich, der City Minizip ist echt genial, weil mit dem Teutonia bin ich da stecken geblieben, als wir schon mal da waren. Und wir müssen P. Könnte man sogar sitzen. Ach ja, genau, ich und Kai sind ein wenig im Partnerlook bei den Jeansstreifen und so Art Converse. Also ich habe richtige an, Kai hat so Fake Converse an, wo gerade das Schuhband aufgegangen ist, wie ich sehe. Und wir treffen uns jetzt am Stephansplatz. Akute Kaffeenot wird durch den Meccafé Cappuccino gestillt. Kei schaut sich gerade den Stephansdom an. Übrigens, für alle, die noch nie in Wien waren, Stephansdom, Pflicht. Gourmetführung durch Wien, Fiegelmüller, das beste Schnitzel der Welt. Das mussten wir jetzt festhalten. Kai will unbedingt ein Schnitzel, aber ich glaube, das können wir uns nicht leisten. Mittagspause, Pizza, Egg, Sprite. Und Kai schläft, also können wir jetzt vielleicht ein wenig shoppen gehen. Forever 21. Wir sind in der Skype-Bar. Wir sind in der Skype-Bar. Wir sind in der Skype-Bar vom Steffel Einkaufszentrum und da seht ihr den Stephansdom, nur es regnet gerade voll. Kann ich empfehlen, auf jeden Fall zum Kaffee trinken. Man hat echt einen schönen Ausblick. Und die Kinder können rumlaufen, ohne dass viel passiert. Gern gesehen ist es halt nicht. Die Kinder wechseln sich ab mit dem Schlafen. Ein Abstecher muss sein. Kai hat übrigens keine Lust mehr, im Wagen zu sitzen. Gell? Also, das ist die Claudia, der David. Und wir versuchen gerade ein Selfie zu machen. Er funktioniert ehrlich gesagt nicht so gut, aber okay. Kai jagt der Taube nach. Ich glaube, da muss die Mama auch nach, weil Kai ist nämlich jetzt schon ziemlich flott unterwegs. Und wir sind eben da beim Steffansdom. Kai, wo ist denn der David? Er kriegt sich gar nicht mehr ein vor Lauter, weil das sind Links-Dauben, Rechts-Dauben. Und ich hasse Dauben. Aber das brauche ich dem Kai ja nicht erzählen, weil er soll ja irgendwie Tiere doch mögen. Die Schuhe, die wir haben, die sind übrigens von... Ähm, von... Achtung! Jetzt bleiben wir mal stehen. Äh... Ui! Die von Fley Shoes, von babyartikel.de, die testen wir. Und ich finde die echt gar nicht so schlecht. Die Zwerge. Also, das ist diese Woche ein tolles Update. Da seht ihr, wie schnell Kai jetzt schon laufen kann, weil es ist echt schon... Ähm, ja, er ist echt total flott unterwegs. Kuckuck! Ui! Und da würde sich so eine Kinderleine schon eignen, meiner Meinung nach. Aber die Mama hat einfach Stuhlschuhe an, das geht dann auch. Kai, wo ist denn der David? Siehst du? Wo ist der David? Hier kommt der Knie. Hier kommt. Wir machen noch eine kleine Kaffee-Pause, bevor es heim geht. Und Kai will die ganze Zeit das Essen von David haben. Nein! Deshalb, wir werden jetzt, glaube ich, was für ihn zum Essen bestellen. Da Kai! Fütterst du den David? Äh... Ja, super! Da Kai, schau! Bist du den David füttern? Loslassen! Super! War das lecker? Ich zeige euch nochmal den Stephansdom. Wir sind nämlich eigentlich schon am Heimweg. So, ihr Lieben, das war's mit meinem Wien-Follow-Me-Around. Zum Schluss hat uns noch ganz schön der Regen erwischt, aber wir haben Gott sei Dank einen Regenschutz bei unserem Kinderwagen. Das ist übrigens der City-Mini-Zip-Buggy vom Baby-Jogger, falls ihr euch fragt. Da habe ich auch schon ein Video drüber gedreht. Verlinke ich euch gerne nochmal in der Infobox, sofern ich nicht vergesse. Und ja, sagt mir einfach mal, wie spannend ihr solche Follow-Me-Arounds findet. Ich kann ja immer wieder mal so einen Tag mitfilmen. Kai hat übrigens einen Wiener Suppentopf gegessen, so noch zum Abschluss. Das war so eine Nudelsuppe mit Rindfleisch und so. Und jetzt hat er schon gegend. Ich glaube, er wird jetzt dann einschlafen. Und wir sagen danke fürs Zusehen. Ich hoffe, dass Follow-Kai-Around war eben interessant für euch. Gebt mir gerne einen Daumen hoch, wenn es das war. Und ich sage danke und bis bald. Tschüss! Gebt mir gerne den Daumen hoch. Wie sehen Sie das? Ich sch mach Land. Kannst du dich verschwinden. Vielen Dank.